Einen wunderschönen guten Tag, na lo! Ich büße euch alle herzlich zur nächsten Folge von Field of Glory 2 Medieval gegen Sir Vitan, Vitan, wie auch immer, ne, ihr wisst Bescheid. Das sind jetzt auf jeden Fall der Kampfdeutsche gegen die Balten. Müssen wir mal gucken, wie es jetzt läuft. Wir haben uns auf die linke Seite jetzt fokussiert und werden rechts verteidigen eigentlich nur. Da ist jemand rein oder nicht rein? Was macht der da? Okay, der will den Armbrusttypen bekämpfen. Du gehst nach da. Ich weiß, letztes Mal habe ich irgendwas Blödes gemacht. Bin mir aber gerade nicht mehr sicher, was. Äh, ich glaube, der hier ist schon ziemlich malträtiert, ne? Ne, ne, der war das. Ah, okay. 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 Wir könnten ihn hier tendenziell erstmal schwächen. Äh, falls kein Moralverlust durch Kontaktphase. Also, du stürmst jetzt da rein. Okay. Das passt. Du musst jetzt gleich nach vorne laufen. Die leichten Truppen hauen immer wieder ab. Das ist halt immer nervig. Äh, äh. Immer schön nach vorne drehen. Die bleiben so... Ah, komm. Ah, egal. Passt. Das war ein bisschen falsch gedrückt, aber ist schon okay. Okay. Ja, passt. Der ist am Arsch. Also, da wird der nicht rauskommen. Hm. Genau. Wie viele Truppen sind denn das überhaupt noch? 96. 96 gegen... Okay. Einen Mann habe ich verloren. Also, okay. Ähm. Müssen wir mal gucken. Also, wenn er sich jetzt immer weiter zurückzieht, macht das wenig Sinn. Für mich. Aber ich werde jetzt diesen Teil der Truppe erstmal vernichten und dann kümmern wir uns um den, dann um den, wenn er so weitermacht. Ähm. Jut, 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 jut. Du kannst noch einen Schritt nach vorne machen. Okay. Mal gucken, was jetzt passiert. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.